Tag in die Runde. Ich fühle mich geehrt und erfreut, dass ich dieses 13. Wissensforum hier in Stuttgart diesmal eröffnen darf. Ich freue mich umso mehr, als dass es für mich auch noch eine Premiere ist. Das heißt, das ist jetzt ein Vortrag, den halte ich zum ersten Mal und Sie sind die Ersten, die diesen Vortrag hören dürfen. Es wurde ja schon angesprochen, es geht um Gelassenheit und ich dachte, ich probiere das mal mir selber aus, ob das so klappt, vor so einem Auditorium einen Vortrag zum allerersten Mal zu halten. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das vielleicht auch bekannt vorkommt, dass die Zeit nur so Ihnen vorbeirauscht. Von Geburtstag zu Geburt, von Weihnachten bis Weihnachten, von einem Wissensforum zum nächsten. Das Gefühl, was immer mehr Leute haben, ist im Hamsterrad unterwegs zu sein und irgendwann ist man dann tot. Das sieht dann so aus. Und nur wenn jemand stirbt, ist das nicht noch lange kein Beweis dafür, dass er vorher auch gelebt hat und nicht bloß funktioniert. Und ich glaube, das Leben ist zu kurz, um bloß zu funktionieren. Und wie viele Leute kennen Sie vielleicht auch, von denen man sagt, ja, die haben irgendwie vor sich hin funktioniert, bis es dann mal zu Ende war, verbissen und verkrampft, so wie er hier zu Ende ging. Und mein Anliegen ist es, wie kriege ich das hin, nicht so irgendwann mal die Augen zu schließen, sondern in einem etwas entspannteren, in einem gelasseneren Zustand, dass, wenn ich dann im Sarg liege, das hoffentlich einmal so aussieht. Also das ist das Thema, worum es mir geht. Und ich habe den Titel auch noch mal ein bisschen abgeändert im Vergleich zu dem, was wir im Programm sehen. Nämlich habe ich ihn überschrieben mit Lebenskunst und Gelassenheit. Meine Quintessenz aus meinen ersten 50 Jahren. Es geht also um Lebenskunst. Zumindest sagen, dafür, dass es um Lebenskunst gehen soll, ist das bis jetzt eine ganz schön morbide Veranstaltung hier. Bis jetzt ging es nur um Tod. 1963, in meinem Geburtsjahr, zumindest ist es unsere Vorstellung aus dieser Zeit, sah das Leben folgendermaßen aus. So wie bei meinen Eltern. Mein Vater, Otto, meine Mutter Helga sind in diesem Dorf geboren, haben sich da gefunden, sind da geblieben. Mein Vater war Winzer, ist Winzer geblieben, die sind im Dorf geblieben. Und das war alles vorhersehbar, berechenbar. Dann ist er irgendwann in Rente gegangen. Es war alles vorausschaubar, in gewisser Weise auch planbar. Jetzt sind die beiden, mein Vater ist jetzt 82, meine Mutter wird bald 80. Und irgendwann geht die Energie halt ein bisschen zu Ende. Das ist das Bild, was wir von damals hatten. Traf so auch nicht genau, aber so ähnlich jedenfalls. Wie sieht es heute aus? In unserer Multioptionsgesellschaft sieht das eher so aus. Da gibt es ja nicht nur ein Leben, sondern wir haben ganz viele Rollen. Da sind sie heute hier als aufmerksamer Zuhörer in diesem Auditorium. Zu Hause vielleicht die treu sorgende Gattin, Frau Jerezky und ihrem Mann. Liebende Mutter zu Hause. Die dynamische Führungskraft im Job. Der grölende Fan vielleicht im Fußballstadion. Ganz, ganz viele Rollen, die unser Leben ausmachen. Und dann sieht das eher so aus. Es geht auf und ab, chaotisch, komplex, hin und her, immer wieder. Und wir versuchen irgendwie dieses Leben in den Griff zu kriegen. Wir versuchen es irgendwie berechenbar zu machen, vorauszusehen, Sicherheit zu gewinnen. Und der Punkt ist, es gibt keine Technik auf dieser Welt, die dieses Auf und Ab dieses Lebens kontrollieren könnte. Es gibt sie nicht. Auch wenn wir uns danach sehnen. Also, können wir uns die Frage stellen, wenn es das nicht gibt, was kann ich denn tun? Weil, dass wir Einfluss auf unser Leben haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Auf unser eigenes Leben und vielleicht auch das Leben von anderen Menschen. Also, es geht um Sie. Mein Thema seit 20 Jahren ist, wie kriege ich das hin, dass es mir gut geht? Was führt denn zu einem guten Leben? Es ist eine höchste individuelle Angelegenheit. Das sieht ja jeder anders. Ich glaube, es gibt eine ganz zentrale Dinge, was eine Rolle spielt und darüber würde ich gerne heute mit Ihnen reden. Überlegen Sie jetzt mal, ob es in Ihrem oder wer aus Ihrem beruflichen oder privaten Umfeld, glauben Sie, würde sein Leben gerne mit Ihrem tauschen? Wer würde wohl sein Leben gerne mit Ihrem tauschen? Und der zweite Teil der Frage lautet, und wer von denen bliebe noch übrig, wenn er wüsste, wie es ganz, ganz, ganz tief drinnen in Ihnen aussieht? Wenn Sie diese beiden Fragen zu Ihrer vollsten Zufriedenheit beantworten konnten, ja, dann können wir an der Stelle Schicht machen oder Sie können mal ein Käffchen trinken gehen und Sie auf die nächsten Vorträge freuen. Wenn nicht, lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen zuzuhören. Also, worauf kommt es an? Aus meiner Sicht zumindest. Das ist eine, ich habe gesagt, eine sehr persönliche Quintessenz. Für mich hat das ganz viel mit Mut zu tun. Und der erste Mut, die erste mutige Entscheidung ist, dass es darum geht, mal die Maske abzunehmen und sich die Frage zu stellen, wer bin ich denn wirklich? Wer bin ich? Wer bin ich wirklich hinter dieser Maske? Und wir laufen alle mit Masken durch die Welt. Wer bin ich tatsächlich dahinter? Und die zweite Frage, die dann lautet, und was ist das, was mir wichtig ist, was mir wirklich, wirklich wichtig ist? Gerade in der ersten Phase so als Kind, du bist dann was wert, du bist dann ein wertvoller Mensch, wenn du jeden Mittag um vier zu Hause bist oder um fünf, wenn du nicht nur deinen Kindern das Elite-Studium in den USA finanzieren kannst, wenn du wirklich da bist und Lego spielst und mit auf den Bolzplatz gehst. Wenn mir das die ganze Zeit vermittelt wird und ich das vielleicht danach lebe und jedem mit darum vier zu Hause bin und Lego spiele und auf den Bolzplatz gehe, dann kann es auch da sein, dass ich total knatschig und unzufrieden bin, weil mein Innerstes würde gerne die Welt aus den Angeln heben. Also es ist so die Frage, hm, und es geht nicht, was ist besser oder was ist schlechtes, sondern die Frage, was ist tatsächlich mein Ding? Und dieses mein Ding muss überhaupt nichts Großes sein. Beziehungen, Gesundheit, Beruf, das Haben, die Freizeit, das Wohnen und die Umwelt. Und dann gibt es etliche Dinge drumherum, von denen ich behaupte, je besser wir die für uns entwickelt haben, umso höher die Chance, dass wenn der Deckel mal zugeht und wir die Augen zumachen, wenn wir dann Bilanz ziehen, sagen können, wow, ja, das war ein gutes Leben, ich kann entspannt und gelassen die Augen zumachen. Wir gucken uns einen einzigen Punkt jetzt davon an und den auch nicht in aller Gänze, nämlich diese Ist-Situation, wo stehen wir gerade in unserem Leben? Und beginnen würde ich gerne mit dem kölschen Grundgesetz. Wer kennt kölsche Grundgesetz? Kennen die Paragrafen? Rufen Sie mal rein. Ich bin Wahlkölner, drum die Anlehnung. Also, es ist, wie es ist, Paragraf 1 ist im Grundgesetz. Frei übersetzt für alle Nicht-Rheinländer heißt das, sieh den Tatsachen ins Auge. Also, ehrlicher Blick in den Spiegel. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht von einem amerikanischen Marketing-Experten aus den 50er-Jahren, Victor Lebeau. Ich habe auch die deutsche Übersetzung dabei und die geht folgendermaßen. Der hat damals schon gesagt, als das mit der Massenproduktion losging, unsere ungeheuer produktive Wirtschaft verlangt, dass wir den Konsum zu unserem Lebensstil und den Kauf und die Nutzung von Gütern zu einem Ritual machen, dass wir unsere spirituelle Befriedigung und die Erfüllung unseres Selbst im Konsum suchen. Wir müssen Dinge verbrauchen, verbrennen, abnutzen, ersetzen und ausrangieren und das in ständig steigendem Ausmaß. Jetzt kommt mal eine steile These, meine Quintessenz aus 50 Jahren und die lautet, die Falle des Lebens besteht darin, dass wir uns abhängig machen von der Optimierung unserer Lebensumstände und unserem Erfolg im Außen. Wir leben dieses Leben nach dem Motto, wenn dann. Wenn Sie das Lebensmodell mal schauen, wenn ich die richtige, die attraktive Frau, den richtigen, attraktiven Partner habe, wenn ich die Topfigur habe wie Brad Pitt hier in diesem Film, wenn es um die Gesundheit geht, wenn ich ein fettes Konto habe, wenn ich einen hochdotierten Job habe, wenn ich endlich mal vor diesem Publikum im Wissensforum in Stuttgart mal einen Vortrag umgehalten darf, wenn das Konto und so weiter, dann geht es mir gut. Wir können alles verlieren, das ist der erste Punkt, der erste Haken. Der zweite Haken ist, es ist ja auch nie genug. Also nochmal zurück zu diesem Bild, wenn es um dieses Haben geht. Ich bin in diesem Dorf groß geworden, sehr idyllisch gelegen und spätestens mit 16 habe ich zum Himmel gebeten, oh Gott, lass mich 18 werden, Führerschein, um aus diesem Kaff rauszukommen, um am Wochenende mal nach Cochem fahren zu können oder nach Bernkastel mit einem Auto oder mal richtig weg gehen, nach Trier oder Koblenz, das waren die Metropolen, ja über eine Stunde mit dem Auto da hinzufahren. So, dann kam der 18. Geburtstag, Silvester, das Auto stand vor der Tür, damals ein Golf 1. 160.000 Kilometer runter, 9 Jahre alt, in Panama Braun. Wer sich erinnern kann, das war so ein Kackorange, ja, innen wie außen, eine Unverschämtheit, so ein Lack auf so eine Farbe auf so ein Auto zu machen, das war unfassbar hässlich. Aber egal, ich war der König der Welt, ja, Wochenende, Trier, Koblenz, Cochem, Bernkastel, alles war möglich. Die Frage ist, wie lange hält dieses Gefühl an, König der Welt zu sein, in so einem Panama-Braunen Golf 1, mit 160.000 Kilometern, 9 Jahre alt. Ich kann Ihnen sagen, wie lange das bei mir angehalten hat. Bis zum 24. Januar, exakt. Am 24. Januar kriegte mein Freund Heinz zu seinem 18. Geburtstag nämlich einen nagelneuen schwarzen GTI vor die Tür. Zum Thema Souveränität und Gelassenheit, dieses Zitat, und als eines der Besten, was ich kenne, was von Nico Pächer, einem Volkswirt, immer sagte, souverän ist nicht, wer viel hat, sondern wer wenig braucht. Jetzt ist die Frage, was ziehe ich denn daraus? Sollen wir jetzt nichts mehr wollen? Das ist ja schön, dann so souverän zu sein, aber nichts mehr wollen sollen, das klingt wie, das fühlt sich an wie Tofu. Das ist nicht der Punkt, ja. Sie können ruhig Ihre Ziele haben und Pläne machen und Erfolg im Außen. Und dieser Erfolg im Außen, der ist so lange schön, solange ich mich nicht davon abhängig mache. Das ist der Punkt, um den es geht. Und ich glaube, das fällt vielen von uns im Alltag gar nicht so leicht. Ich war vorgestern in Weimar, oder gestern sogar noch, in einem Zeitungskiosk, dreimal Geo, nebeneinander, habe ich dann abfotografiert, die Geo-Epoche. Da geht es um Kapitalismus, die Geo-Wissen, da geht es um die Frage nach dem Sinn und die Geo-Kompakt, da geht es um die Wege aus dem Stress. Und dieser Kapitalismus, in dem wir seit 50, 60 Jahren jetzt leben, der hat uns ja ganz viele Segnungen gebracht. Das haben wir alle genauso erlebt, wir sind genauso groß geworden. Bei all diesen Segnungen, Demokratie, Bildung, Gesundheit, was das alles gebracht hat und Wohlstand, brachte es auch eine andere Sache mit sich, nämlich, dass wir alle, der eine mehr, der andere weniger, groß geworden sind, nach dem Motto, da geht noch was. Es ist nie wirklich genug. Es geht immer um das Mehr und es geht immer um Wachstum, wie in dem Zitat, was wir von dem Lebow da vorher hatten. So, uns wird vermittelt, durch die Eltern, durch die Schule, durch die Werbung sowieso, da geht noch was. Und die Botschaft, die Grundbotschaft lautet, es ist, oder du bist nicht gut, oder zumindest, du bist nicht gut genug. Um mehr zu kommen, dann ist das Motto, die Grundbotschaft, das Mantra, was da lautet, leiste was, dann kaufst dir was, dann hast du was und dann bist du was. Wie auch immer es gerade aussieht, es ist, wie es ist. Das ist Stand der Dinge heute. Und meine Empfehlung, um so ein kleines Fazit zum Schluss zu finden, worum geht es denn wirklich? Also diese ewige Szenen in allen Lebensbereichen, never ever, funktioniert nicht. Auch wenn wir dazu angetrieben werden, das wird nicht hinhauen. Der erste Punkt, für mich die zentrale Botschaft, die er lautet, haben Sie den Mut zum Ihnen gemäßen Leben. Das heißt, was wirklich, wirklich, wirklich zu Ihnen passt, das muss kein Großes sein, im klassischen Sinne. Dazu ist es nötig, der erste Schritt, wer sind Sie? Hinter Ihrem Ego. Die zweite Frage herauszufinden, was ist das, was Ihnen wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Nicht, dass es aus dem Hirn kommt, sondern wo das tiefste Innere dazu sagt, das ist es. Dann werden Sie wahrscheinlich feststellen, meine Erfahrung ist, was ganz viele Menschen tun, dass am Ende und im Kern nicht um das Meer im Außen geht. Die Wahrscheinlichkeit jedenfalls ist hoch. Ein zentraler Punkt, ich nochmal, ich bin kein Kostverächter, ich predige auch nicht als Käse. Aber das, was Sie wollen, was Sie erreichen wollen, machen Sie sich nicht von dem Ergebnis, von dem Ausgang dessen abhängig, was dabei herauskommen soll, sondern tun Sie, weil es von tiefem Inneren kommt, das, was Sie tun, mit aller Entschlossenheit. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, love it, leave it oder change it. Diese klassischen drei Möglichkeiten, die wir in jeder Situation in unseres Leben haben. Wenn das aus der Verbundenheit herauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie mit großer Entschlossenheit tun und alle Konsequenzen auch bereit sind zu tragen, die damit drin hängen. Und die gibt es natürlich immer mal wieder. Und ich lasse dieses Ergebnis, ich mache mich nicht abhängig von dem Ausgang, von dem Ergebnis, sondern Ihre Erfüllung kommt aus dem leidenschaftlichen Tun im Leben, im Hier und Jetzt. Und nochmal da, es gibt nichts anderes als diesen Moment, als dieses Jetzt. Für mich nach 50 Jahren auch noch ein persönliches Fazit. Dieses eine Paragraf aus dem Jahr und die Reset, so das sind Artikel im Jahr und die Reset. Artikel 3 heißt, et het noch immer jod je jange. So leben wir oft auch vor uns hin. Wenn ich mir das mal anschaue, ich habe ganz viel in der Gesundheitsvorsorge in ganz vielen Unternehmen irgendwie gemacht und kriege mit, wie die Leute der Reihe nachherweise irgendwie ausfallen. Et het noch immer jod je jange. Ich glaube nicht mehr dran, dass das auf der Ebene weiter so gut gehen wird. Und als Volkswirt auf kollektiver, auf gesellschaftlicher Ebene glaube ich auch nicht dran, dass das, was wir hier so treiben, dass das irgendwie so weitergeht. Ich glaube nicht daran. Also lautet meine Antwort darauf, nee, so geht es nicht weiter. Dann gibt es den Artikel 7 im Grundgesetz und der lautet, was willst du machen, wenn ich da nicht dran glaube? Für mich hat das zwei Konsequenzen. Das eine aus dem privaten Bereich, da bin ich seit einigen Jahren dabei, ganz viele Dinge umzustellen und dem, woran ich nicht mehr glaube, auch selber eben Rechnung zu tragen, das, was ich da predige, auch selber zu leben, was mein privates Leben angeht. Und auf beruflicher Ebene hat das ganz viel damit zu tun, dass ich in Zukunft weniger Vorträge mache, sondern wieder dahin gehe, wo ich herkomme, nämlich ins Training und ins Coaching und dann an sehr abgetreten oder eher abgefahrene Seminare an anderen Orten und nicht ein-Tages-Crash-Kurse, sondern das wird eine andere Bewandtnis wieder kriegen. Das ist das eine. Und das andere, eher in einem größeren Bereich, dass ich diesen Mut habe, das ist das erste Mal, dass ich diesen Vortrag in der Form halte, eher wachstums- und eher wirtschaftskritisch. Und ich weiß, hier sitzen heute ganz viele Business-Leute und hätte mir lange überlegt, ob ich das Thema überhaupt machen soll, weil ja auch etliche potenzielle, natürlich Kunden-Multiplikatoren und so weiter dran sitzen und das ist nicht das, was man da vielleicht unbedingt gerne hört, wo ich dann sage, ey, und das ist mir egal. Ja, vielleicht gibt es Leute, die auch so etwas irgendwie mal hören wollen oder in die Richtung etwas hören wollen. Und ich tue es aus Überzeugung mit all der Entschlossenheit, die da drinsteckt und bin dann eben auch bereit, die Konsequenzen zu tragen und den Preis zu zahlen, der möglicherweise dafür fällig ist. Das Leben ist kurz. Leben Sie Ihr Leben. Es könnte Ihr Letztes sein. Schönen Dank. Applaus Danke.